Ja, aber entweder können wir. Na, schmier's auch. Wenn ich Sachen verkaufe... Nico, bist du T3? T3. Mhm. Was? Ja. 3, 4. Ja. Ich guck dann noch mal auf die Tafel. Wenn ich gegen den Kopf kommen kann. T3. Sascha, wir müssen unbedingt noch Tier 4 fahren. Ja. Boss, ey. Es kommt mir aber relativ zu häufig, möchte ich mal so sagen. Oh, Boss. Ja. Gleich wieder One-Hit-Buff. Ja. Ich steh diesmal weit genug hinten. Ich nicht. Obwohl, da sind auch andere, die vor mir sind. Da kommt auch wieder unsere Richtung. Ah, verpiss dich! Kommt unsere Richtung! Ah, er dreht ab. Ah, ich seh's auf der Karte. Ah, er fährt da, wo wir gespawnt sind. Kann der fliegen? Kann der fliegen? Weiß nicht. Ich glaub nicht. Sieht nicht so aus. Sascha! Skoppel! Wo ist denn der? Bei uns. Hinter dir müsste der irgendwo sein. Ja, du fährst auf ihn zu, glaub ich. Ich fahr in deine Richtung. Ja, der ist zwischen uns. Der Sascha kommt nicht an. Ja. Shit, shit, shit. Ah, fuck, ich hab hier noch eine Kanone. Oh, hat mich gewon-hitted! Was für'n Arsch, alter! Da kriegst du wenigstens noch hier... Hero-Bonus. Team Victory? Hä? Punkt eingenommen. Ach so. Ach so, das geht hier auch. Na dann. Na dann. Boah, Alter, wie viel. Moment, ich muss kurz meine Waffen aufbauen. Das geht schnell. Glaub ich. Ja, aber T3 bleiben, ne? Ja, immer schon T3. T3. Outrobo. Hardware. T2. 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 Ich gucke auf den T3. Okay, können losgehen. Und bin wieder weg vom T3. T3. KZAM! Was macht denn mit T1, ne? Ach, der ist mit einem in einer Gruppe. Ja. Da wird Spaß haben. Raoul, Pro-Pro-Gamer. Kann der ja mal herzeigen, bitte. So'n Pro-Gamer. Der Beutelschneider. Das ist Sascha Main-Mobil, ey. Ist doch so. Der eigentliche, der Rob, der Rob, der fliegt bei uns hier. Der Rob drum. Ey, die sind alle schon wieder zu dumm zum Kacken hier in der Base, ne? Ich rushe. Sascha, warte! Halt! So'n Wichser rammt mich hier grad, Mann. Hau ab, Mann! Der rammt mich hier runter! Bleib doch stehen, einfach. Nein! Ich bin dickköpfig. Sascha, du hast einen gespottet? Oh! Nein. Oh, Sascha, ich komme. Bin schon fast da. Der Snipe hat mir auf dich. Auf mich? Auf mich! Auf Tobi. Alter, mies. Hab' ich auch... Ich hab' mich auch gleich getroffen, ne? Was für'n Wichser. Kein Reifen mehr. Auf der einen Seite. Tobi hinter dir ist, glaube ich, einer her. Ja. Tschüss hier mal ab. Ich bin nicht bei dir. Jetzt rück, Tobi. Aber die hocken hier halt auf dem Berg. Erxenhuber. Ich fall' jetzt runter und, äh... Oh! Hinter mir sind zwei. Ja, ich seh's auf der Karte. Ich hab' einen getötet. Ich nehm' mir noch einen. Arbeit wohl. Markus, hast du sie abgeknallt? Noch einen getötet? Ne. Ich, äh... steck' hier zwischen drei Typen. Fuck. Ich bin down. Ah. Ja, es war... Es war scheiße alleine loszufahren. Ey, Sascha, dein Mobil, Alter. Ah, ich hab' einen zum Platzen gebracht. Nein! Oh! Oh, schon wieder. Drei gewonnen. Alter, Sascha, was ist mit dir los? Ich bin main. Nick. Kommt einer auf dich zu? Sascha, kommt von einer auf dich zu? Auf der Karte von links? Überall. Ich wollt' mich nicht wehren. Ich hab' meine Reifen kaputt geschossen. Lol, was hat denn der Erdeskneuer für'n Mobilmann? Was machen die, die Spacken da? Boah, fuck you, Alter. Okay. Jetzt hat er mich. Ihr kriegt mich nicht! Ihr Schweine! Oh. Ihr kriegt mich nicht! Aaaaaaah! Ihr kriegt mich nicht! Oder doch? Was machen die Spacken da? Naja. Unsere? Keine Ahnung. Ja. Ja, das ist geiler bei Free2Play-Spielen. Kann man irgendwie gucken, ob die im Team sind? Na, jetzt haben sie nur auf den Augenblick gewartet. Zeit zum Zuschlagen. Nein, nein, nein. So, ich hab' jetzt aber glaube ich schon, ich weiß genau, was ich jetzt... Ich bin so ein schneller Eingriffs-Scout. Ein Scout-Jäger. Wie Main. Genau, so wie Main. Nur schlechter. Weil keiner kann so gut sein wie Main. Jermaine. Jermaine the Main. Jermaine. Cornelius Sockenbart. Ja, ich spreche seit Main und hört auf, rumzuhälen. Bitte? Oh. Oh. Oh, oh. Robo-Kampf. Oh. Nenenenenenenenen. Oh. Oh. Was macht der oben da, Camper da, man? Der Air-Destroyer. Keine Ahnung. Der lauert. Auf der Mauer. Auf der Mauer. Sitzt ein Kleider. Er ist Feuer. Ja, jetzt kriegt er einen rein. Boah, Alter. Boah, voll mein Gesicht. Ich... Pfff. 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 Ey, so ein behinderter, ne? Boah. Mein, 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 mein. Das wär mal für'n Fahrzeug, ey. Richtig stumm. Ja. Er hat zwar länger überlebt als wir. Ob das jetzt dem Fahrzeug geschuldet war. Das ist ein Camp Boah Leute alter Aimen kann er auch nicht Das war er selbst Ich dachte, dass er einfach mal runter fährt Mit seinen 6 Kanonen kann er jeden One hinten Ist das so? Ja Außer T28 Oh Mann alter Oh Mann Das war's für heute. Ja mit dem Raupenmobil da, heller. Oh mein Gott. Super. Egal, wir haben gewonnen glaube ich. Was ist das denn? So, zu Ende. Alter Schwede. Wenn ich jetzt nicht 100.000 Punkte kriege. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich hab 17.000. Ja. Nochmal? Ja. Nicht euer Ernst. Ich brauch unbedingt diese Schutzschilde für meine Reifen. Also für die, die außen hängen, die nichts können. Oh Boss Battle. Ach Boss Battle. Scheiße. Ist heute Boss Battle Sonntag oder was? Ja, ich... Ist heute Sonntag? Ist ja scheiße. Wenn heute Sonntag ist, muss ich morgen wieder arbeiten. Oder fliege. Oh je. Und dann. Was war's für mich? Und für mich auch. Wir beide als erstes, Markus. Was auch sonst? Du schon zuerst, ne? Mich hat's zuerst, zuerst zerlegt. Boah, ich hab mir nichts gegeben. Boah, Alter, der kriegt richtig ab. Ich bin 31.000 gezogen. Deinem Schuss. Stürzt ab. Ja, stürzt ab. Dein Helium-Ding oder wie das heißt wurde. Sascha, triff ihn mal. Hab ich schon einmal. Zweimal. Okay, wir haben gewonnen. Juhu, Hero-Bonus. Geile Runde. Nichts gemacht, ey. Gleich normal, komm. Okay, direkt. Los, los. Hallo? Kommt ihr? Ja. Wir sind alle drin. Ja. Ja. Ein Zweier, den schnapp ich mir. Kümmer auf die Nuts. Kümmer auf die Nuts. Das Matchmaking hier ist wenigstens fair. Oh. Tust, tust, lol. Oh, wir haben eine verrückte Biene hier. Ja. Crazy B. Außenrum und Russia. Ja. Ich komm nicht aus Russia. Bane! Bane! Alter, Joschinski fährt den Tempel des Todes persönlich. Ey, ja klar, Mann. Da hinten kommen sie schon. Ah! Delayed hat mich! Oh, ich hab gewonnen. Nice. Guck doch. Ich glaub das war der Level 2er. Nee, war er nicht. Ich hätt immer noch abgeballert. Mach dich doch mal schlechter als du bist. Oh, Hank. Kronk. Bane! Die platzen ja... Oh, da oben kommt einer. Flieger. Nico, tötest du dich hin. Ja, Mann. Hab ihn zweimal getroffen. Du auf, ne? Ja. Schade. Zu schnell. Da ist noch ein Flieger oben. Oder ist der von uns? Nee, der ist nicht von uns. Oh, ich wurde gesnipert. Oh, 18. Hab einen. Oh, ich auch. Schon drei Stück gekillt hier. Ich hab einen erst. Du. Meinst du bei denen in der Base sind welche? Kommt einer. Bei deren Base. Nee, das ist einer. Ja. Richtig zu von dir in der Base war auch noch irgendwas. Oh, ich hab einen. Nice. Das ist aber noch einer. Hinter der Base. Hinterm Berg. Ja. Hinterm Berg. Der hat sie überschlagen. Er hat zehn Prozent erst. Ah, das war's. Gewonnen. Oh, das war immer gutes Teamwork hier. Oh, das war nicht schlecht. Keine Ahnung, wo der letzte ist, aber scheiß drauf. Tod. Yeah, 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 yeah. What that? Esser College. Hey, 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 hey. Komm schon, schnell noch eine Runde. Gut, eine geht noch. Letzte Runde. Dann ist auch hier genau Folgenschluss. Und dann ist erst mal... Dann ist genau 21.10. Fantastisch. Und dann kann ich ja nochmal hier weiter bauen. Das muss ich ja jetzt nicht unbedingt aufnehmen. Doch, bitte nimm es auf. Na gut, dann nehm ich es auf. Oh, Double Boss Battle here. Was? Zwei Bosse? Das gibt's auch. Wer gibt's hier? 8 und 5. Ist voll unfair, Alter. Nein. Doch, ist es. Hier, das ist ein LP hier. Niklas LP oder so hier. Vasa. Ja, LP Niklas. Vasa? Vasa. Was machen die denn hier? Ich wurde gerannt. Natürlich, gleich vorne die Reifen weggeschossen, der Arsch, ne? Der Vasa kann aber nichts. Der andere ist geliebt. Och, nein, das ist ja geil. Oh, Alter, weil der trifft mich... Der haut mich hart. Der haut mich hart. Team Victory! Juhu! Ich hab den noch nicht mal gesehen, ey. So, ja. Es ist 21.10 Uhr. Fantastisch! Was für ein Schlusswort, ja. Dann machen wir hier erstmal Cut. Und, äh, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn, äh, Sascha versucht mit einer Waschmaschine und einem, äh, Kaugummi die Weltherrschaft an sich zu reißen, oder so ähnlich. Äh, ja. In diesem Sinne. Ein fröhliches. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und tschüss. Ich nehm noch auf, übrigens. Peinlich. Sascha, das war jetzt peinlich, oder? Nein. Tschüss! Ich nehm immer noch auf. Hahaha. Warte. Ey. Jetzt. Jetzt mach ich. Ich kann nicht. Jetzt mach ich. Auf Wiedersehen.